Hello Friends! Es ist in ein paar Tagen Halloween und ich mache ja auf Insta immer diese Halloween-Looks und so ein bisschen auch auf TikTok, aber hauptsächlich auf Instagram. Eigentlich wäre es total schade, nicht auch noch so einen Look, der etwas aufwendiger ist, zu dokumentieren. Tutorial-mäßig. Auf YouTube. Deswegen moin. Ich werde heute einen Schlangen-Look kreieren, den ich eigentlich letztes Jahr schon machen wollte. Ich habe aber keine Plastik-Schlangen gefunden und jetzt habe ich welche. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen möchte. Ich habe ein paar Inspirations-Bilder bei Pinterest. Ich suche mir generell immer etwas raus. Und davon werde ich jetzt irgendwie versuchen, irgendetwas zu schminken. Für die, die mich nicht kennen, das sind Halloween-Looks, die ich dieses Jahr erstellt habe. Und das sind Halloween-Looks, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Und dann habe ich auch noch Halloween-Looks, die ich letztes Jahr gemacht habe. Nur damit ihr mal so kurz einen Überblick habt. Auf meinen Pinterest sammle ich mir immer so Inspirationen für Looks, die ich machen möchte. Und ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was ich für die Schlange rausgesucht habe. Hier, das fand ich eigentlich ganz cool mit den Haaren, mit den Steinchen hier, hier mit den Augen. Dann, na, das ist natürlich sehr, sehr krass, aber ich glaube, das werde ich nicht so gut hinkriegen. Und dann haben wir auch noch den Look hier, den finde ich eigentlich auch ganz geil. Und irgendwas in die Richtung. Willkommen an meinem Schminktisch, Setup-Tisch. Hier ist noch Kreppband von dem Look, den ich gestern gemacht habe, da war ich auf TikTok live. Der Look kam jetzt... Moment, ich muss ja nachdenken, wir haben ja Sonntag. Dann kam er am Dienstag raus. Angefangen mit... Naja, ich habe noch Schminke drauf, die muss ich jetzt weg machen. Den Eyeliner... Oder wir lassen den Eyeliner und arbeiten damit. Guck nochmal auf meine Inspirationsbilder. Ich glaube, wir können mit dem Eyeliner arbeiten. Ich glaube, der stört nicht groß. Ich möchte arbeiten mit den Farben Grün und Braun, Gold. So in dem Stil. Ich habe hier so ein paar Schlangen, die ich mir irgendwie... Ich weiß es noch nicht. Also bei einem Halloween-Look ist es so, ich habe nie schnallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich anfange, wo ich rauskomme. Ich mache einfach und ihr seht jetzt so ein bisschen den Prozess. Ich werde jetzt erst mal meine Augenbrauen abschminken. Da habe ich nämlich eben ein bisschen was drauf getan. Ein bisschen hier. Ich habe mir Sommersprossen geschminkt. Die würde ich auch einmal weg machen. Natural Blush. Ich würde jetzt einfach mal die Augenbrauen anfangen zu schminken. In einem grünen Schwarz. Als erstes klebe ich mir die Augenbrauen fest. Mit diesem Got2B-Leber. Gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was und wie wir machen. Aber dafür nehme ich halt eine Lidschatten-Base. Da habe ich diese vegane Natur-Kosmetik-Lidschatten-Base von ZM aktuell. Es ist aber scheißegal, welche. Also ich muss euch jetzt nicht unbedingt zeigen, welche ich davon benutze. Weil im Endeffekt funktionieren die alle sehr gut. Es gab mal so eine von Catrice, die war der Wahnsinn. Oder in meinen Händen. Nee, Catrice. Ich war der Wahnsinn, aber irgendwie stellen die die nicht mehr her. Und ich bin seitdem sehr traurig und alles ist doof. Aber egal. Ich mache das dann so, dass ich das dann so einreibe und dann mit dem Rest, was ich an den Händen habe, diesen abgeschrägten Pinsel noch mehr abschräge. Also so, dass der so ist. Und jetzt werde ich einfach mal los pinseln mit Schwarz. mich halt einen Verlauf auf jeden Fall in die Augenbrauen bringen. Deswegen, also so werde ich halt den dunkelsten Ton, der kommt halt hier in die Ecke. Und ich gehe so ganz sanft, leicht, ein bisschen nach vorne am Eyebrow Cut vorbei. Da habe ich übrigens einfach nur so einmal drauf gestempelt, damit dann, zweimal damit diese Striche da sind, damit dann der vernünftige Cut ist. Und jetzt nehme ich Grün und mal immer wieder erst mal über die dunkelste Stelle, weil an dem Pinsel ist ja noch ein bisschen Schwarz. Dadurch ist das alles noch ein bisschen dunkler und da mache ich jetzt erst mal den Übergang. Jetzt brauchen wir einen Pinsel, der relativ sauber ist. Nehmen wieder Grün und malen hier einmal weiter nach vorne. Noch mit einem recht dunklen Grün, recht intensiven Grün. Und dann malen wir wieder über den Bereich, den wir eben gemalt haben, damit das so ein Verlauf ist. Ich erkläre das jetzt hier alles mal so ein bisschen weniger witzig, ein bisschen mehr strukturierter, damit ihr das auch versteht, was ich hier mache, weil ich auch sehr oft gefragt werde, wie ich meine Augenbrauen mache mit Verlauf. Und dann nehmt ihr euch einen helleren Grünton, am besten einen sehr, sehr hellen, und macht hier genau das gleiche nochmal. Also einen sehr, sehr hellen Grünton und dann einen ganz, ganz, ganz hellen Grünton. Der kommt dann nach vorne. Also wirklich so, dass ihr... Also ich denke, ihr seht halt schon, was ich meine mit dem Verlauf. Und malt immer wieder mit der hellsten Farbe über den Rest drüber. Damit macht ihr halt diesen coolen Übergang, macht es ein bisschen heller, aber nicht zu hell. Und ihr seht ja jetzt, was ich hier getan habe. Die Augenbrauen sind gemacht innerhalb von drei Minuten so. Da geben wir den mal vier mit Vorbereitung. Mit einem Wattestäbchen mache ich immer einmal diese Linie hier. Sehr, sehr sauber und gehe dann auch nochmal durch die Cuts. Ich habe halt Eyebrow Cuts, wenn ihr keine Eyebrow Cuts habt, dann könnt ihr euch den Step halt sparen. Und fertig. Normalerweise nehme ich jetzt noch einen Concealer und mache das dann nochmal mit einem dünneren Pinsel ein bisschen gerader, aber das ist jetzt gerade sehr, sehr unnötig, weil das wird eh alles ein bisschen mehr Halloweeny und da müssen wir jetzt nicht so super krass Profit arbeiten. Alright, als nächstes würde ich jetzt einfach mal hier eine dicke Lidschatten Base drüber paddeln und auch an der Seite. Und ich glaube, wir werden sehr viel Lidschatten Base brauchen. Nicht nur an den Augen, sondern generell in meinem ganzen Gesicht, weil ich will diese Schuppen auf jeden Fall machen. Das ist schon mal, glaube ich, so einen schuppigen Halloween-Look. Ich liege die Probe geladen, wenn ich mich gerade recht entsinne und tupfen. Einfach mal ein bisschen das Gesicht hauen. Das Video ist sehr viel anders als das, was ich sonst hochlade, weil es doch ein bisschen mehr Tutorial-mäßig ist und weniger witzig. Aber es ist ja auch hier ernst, es ist Halloween. Leute, es ist Halloween. Also noch nicht, aber bald, in ein paar Tagen. Und jetzt brauchen wir einen Pinsel, der sauber ist. Der ist nicht sauber, den muss ich jetzt erst mal so ein bisschen säubern. Der ist nämlich noch rot. Und ich bin, bin ein Rao. Ich mache meine Pinsel viel zu selten sauber. Ich weiß, dass das schlecht ist und weiß doch, bitte weckert mich nicht zu sehr an. Die Pinsel ist einigermaßen sauber. Jetzt mache ich einfach mal Grün hier so hin. We trust in the process. Ich habe jetzt hier erst mal so ein dunklereres Grün. Das, was auch in den Augenbrauen ist. Und ich habe hier sogar noch ein dunklereres Grün. Und mache jetzt mal mit so einem mittelgrün. Ich liebe grünes Make-up, ne? Ah, dann will man direkt wieder grüne Haare haben, damit man wieder grünes Make-up machen kann. Aber wir sind gerade erst zu lila gekommen, also bleiben wir da jetzt auch erstmal. Auf jeden Fall nach oben hin immer wieder eine hellere Farbe nehmen, damit wir so einen Verlauf kreieren. Hier in the corners auf jeden Fall auch heller. Nehme ich so ein helles Grün-Gelb und das mache ich so ein bisschen hier hin erstmal. Dann kommt jetzt hier unten noch ganz schön grün hin. Das ist, glaube ich, auch mein erster grüner Halloween-Look dieses Jahr. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, eher doch letztes Jahr habe ich Jokers Sister gemacht und das Jahr davor habe ich SheGo. Ich habe jetzt hier so eine richtig coole UV-Aktive Palette. Und hier haben wir so ein UV-Aktives Grün, was ich so ein bisschen hier hin machen würde. Und ein UV-Aktives Gelb, was ich hier in die Spitze machen würde. Und dadurch, dass ich halt grün am Pinsel habe, wirkt es auch nochmal eine Ecke grüner. Da ist übrigens keine Lidschatten-Base. Also diese Palette hier ist extrem krass. Das ist die von Aflano von Amazon. Die hat mich 20 Euro gekostet, glaube ich. Und die ist es auf jeden Fall sehr wert, weil es auch sehr UV-Aktives ist. Jetzt geht es an den Highlighter. Wo ist mein Highlighter? Von Luna Glow. Das hat mir eine damalige Freundin geschenkt. Den benutze ich einfach seitdem als immer. Hier haben wir so ein Gelb und so ein Silberton. Und damit mache ich jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen more shiny. Okay. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und zwar einmal das Fallout wegmachen. Also der Lidschatten, der hier die ganze Zeit runtergebrackelt ist. Jetzt geht es ans Contouring und an die Schupp. Contouring würde ich auch im Grün machen. Und nehmen den Pinsel, den wir hier haben, nehmen grün Lidschatten und konturieren meine Nase. Trust the process, I guess. Ich muss ja auch ein bisschen trusten, dass es gut aussieht. Hier der Bereich. Ja, ich habe gerade einen sehr, sehr kleinen Pinsel. Der ist ein bisschen besser. Mach ich vielleicht auch mal meine Pinsel sauber, wenn die jetzt alle grün sind. Erstmal einfach den normalen Bereich, den man sowieso immer konturiert. Ach so, die Halloween Looks gehen eigentlich immer übrigens sehr, sehr schnell, weil ich halt nicht so perfekt arbeiten muss. Weil das ist ja eh für die Fotos, wenn ihr jetzt damit plant, irgendwie eine Halloween Party zu gehen oder so. Dann würde ich euch natürlich empfehlen, dass ihr da so ein bisschen mehr Mühe euch gibt. Aber ich mache halt das ja nur für die Fotos und bearbeite auch viel noch nach. Jetzt werde ich hier überall eine Lidschattenbase auftragen. Ich habe erst überlegt, ob ich eine grüne Perücke anziehe gleich, aber ich habe was vor mit meinen Haaren. Deswegen mache ich das auch jetzt und ich gehe später duschen. Lidschattenbelt ist einfach so wichtig und dann wird die so ein bisschen einmassiert. Die Nase ist ein bisschen krassgrün, oder? Oh, immer fängt alles runter. Und jetzt kommt der Trick. Man nimmt so eine Perücken-Maske-Dingsi. Die kommt so übers Gesicht. Ach, mein Auge. Dann nimmt man Lidschatten. Ach, meine Wimpern sind damit gerade nicht fein. Auf jeden Fall tupft man dann. Ich kann ja auch den großen Pinsel eigentlich nehmen. Wichtig, dass ihr dann auch eine pigmentierte Farbe nutzt. Der Rest macht ja die Lidschattenbelts. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen blau mit reinfließen lassen noch. Nicht wischen, weil wenn ihr so wischt, dann kann es sein, dass ihr dann die Wig Cap so ein bisschen zur Seite verschiebt. Vielleicht machen könnt ihr dann so kleine kreisende Bewegungen, die nicht so viel Druck ausüben. Weil ich sage so oft, ich muss so viel cutten gleich. Ich mache jetzt mal weiter und zeige euch das Ergebnis gleich. Weil wir mal hoffen, dass es geklappt hat. Ah. Yeah. Yeah, yeah. So, Sally Spray. Ganz schnell. Einmal setten. Oh, geil. Jetzt Lippen. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Rollkragenpoli gleich anziehe. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein Make-up damit kaputt mache. Und ich nehme dann immer so einen Eyeliner. Der ist ja krass ausgetrocknet. So eine Linie, damit das so ein bisschen mehr nach einem Smile aussieht. Dann noch Kajal. Es läuft erstaunlich gut. Ich dachte, ich bin hier voll am strugglen. Aber nein. Achso. Wenn ihr Kontaktlinsen tragen wollt zu so einem Look, dann macht die Kontaktlinsen vorher ein. Weil sonst weint ihr und dann wird ihr euer ganzes Make-up. Ich werde aber keine Kontaktlinsen reintun. Ich werde das meine Augen bearbeiten. Das ist jetzt erstmal der Look. Jetzt gehen wir kurz den Rollkragenpoli an. So, das hat erstaunlich gut geklappt. Jetzt geht es an die Haare. Ich habe eigentlich noch Haargel hier. Aber es hat schon mal mein Ex-Freund mitgenommen, als er ausgezogen ist. Aber er hat auch was hier vergessen, als er ausgezogen ist scheinbar. Und das ist so ein Haarwachs. Und damit würde ich mir jetzt so ein bisschen die Haare halt so hier so drankleben. Dafür trenne ich das jetzt so ein bisschen ab. Den Rest mache ich zusammen. Und ich wollte halt den Look die Tage schon machen. Aber ich war vorher schon duschen. Und dann war ich so, nee, dann muss ich nochmal duschen gehen. Das ist voll kacke, weil auch so mit Haarfarbe, dann musst du halt leider dir die Haare wieder nachfärben. Das ist aber hart. Das ist auch Haarwachs. Aber ich mache das jetzt einfach hier in the hair. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die paar Strähnen. Wie gut das läuft. Ich dachte, es wird voll das Opfer-Video. Voll lustig und haha. Die kriegt nichts auf die Kette. Aber es läuft einfach, Leute. Ich bin richtig schockiert. Egal, dann wird das halt ein professionelles Tutorial. Auch gut. Semi-professional. Riecht auf jeden Fall ganz geil. Zu viele Haare. Okay, jetzt versuche ich das irgendwie an meinen Kopf zu kleben. Das klebt nicht. Nee, das klebt gar nicht. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich habe es gejinxt. Klar, dass irgendwas nicht funktioniert. Eigentlich einfach nur. Das klebt ein bisschen. Ich habe kein Haargel hier. Soll ich so noch einkaufen gehen? Haargel kaufen? Ich überlege mir was anderes. Kann ich das irgendwie so... Sieht das cool aus. Trotzdem. Nee, ne? Scheiße. Ich überlege mir mal was. Ja. Meine Haare sind jetzt einfach nur kletschig. Aber das ist okay. Ich lasse es jetzt so. Ich mache mir hier aus dem Dutt, den ich hier gemacht habe, ein bisschen mehr so ein Messy-Bahn. Jetzt werde ich das Setup aufbauen, in dem ich das Bild machen werde. Ich habe jetzt einen schwarzen Pulli an und grünes Make-up. Das heißt, ich werde meinen Greenscreen jetzt aufbauen und den als Hintergrund nehmen. Dann werde ich irgendwas mit einer Schlange machen. Das Foto. Das zeige ich euch jetzt auch. Und so, ich habe hier nämlich meinen Greenscreen. Den kann man nämlich einfach so hochziehen. In das Ringlicht stelle ich nämlich das Handy rein. Und dann haben wir hier so eine Beleuchtung. So eine Beleuchtung. Das ist eigentlich so scheiße in den Haaren, ne? So, von hier seht ihr ein bisschen besser das Setup, wo wir uns jetzt gleich befinden. Ich habe jetzt noch so ein cooles Licht, was ich auch verwenden werde. Und zwar habe ich so Video-Lichter. Zu viele Kabel, zu viel Licht. Das ist mein Video-Licht. Ich habe davon zwei. Wir brauchen aber nur eins. Und ich habe hier so Folien. Farbfolien. Und davon nehme ich jetzt grün. Die ganze Zeit was ich mir erzählen, was ich nicht wegkriege, ne? Ah, jetzt wird es okay. Ich habe noch ein extra-extralicht. Aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Deswegen, wir scheißen drauf. Wir brauchen es auch nicht dringend. Aber das kann ich nochmal so einzeln, immer in allen Farben einstellen, ohne Folie. Ja. Also, das ist jetzt Tatsache der Look, den ich gemacht habe. Ich dachte, er wird ein bisschen more creepy. Aber wir werden sehen, was in der Bearbeitung passiert. Beziehungsweise, ihr seht's genau jetzt. Wenn es hier nicht ihr schon auf Instagram gesehen habt. Wow. Diese Kamera ist... Damn. Das war's. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch irgendwie geholfen. So ein bisschen... Ich wünsche euch ein wunderschönes Halloween nächste Woche. Wir sehen uns auf meinen anderen Kanälen. Oder nächste Woche Sonntag hier. Kuss.